Wir produzieren aktuell ausschließlich in Europa, in drei Ländern, in Tschechien, in Bosnien und in Nordmazedonien und dort in sechs Betrieben. Was wichtig ist zu wissen ist, dass wir dort nicht nur Gast, sondern wirklich Partner sind. Das heißt, wir investieren vor Ort nicht nur in Maschinen, sondern natürlich auch in eigene Mitarbeiter, gerade was das Qualitätsmanagement angeht.